Herzlich willkommen bei Cine macht Auge. Es ist Freitag und es gibt kein neues Sinans Woche Video, weil ich es diese Woche nicht geschafft habe. Ich war auf dem Campingplatz, habe eine sehr schöne Zeit genossen. Deswegen dachte ich mir, aber warum nicht etwas bei Cine macht Auge loswerden, Reaction-Videos, Gedanken austauschen, Meinungen prüfen. Und ich mache jetzt etwas, sagen wir mal, auf dem Gebiet, wo ich mich eigentlich gar nicht so viel tummeln möchte. Ihr kennt das ja, es gibt Content-Creator, zum Beispiel wie mich, ich mache es sinans Woche. Dann gibt es Reaction-Streamer, die befinden sich dann so mehr bei Twitch und gucken sich das an, kommentieren das, laden das dann wieder auf YouTube hoch. Jetzt könnte ich ja auch wieder dieses Video, was über mich kommentiert wurde, nehmen und es auch wieder kommentieren, also eine Reaction-Schleife aufbauen. Und genau das mache ich auch, weil das bringt Klicks und Geld. Nein, also ganz so stumpf werde ich es nicht machen. Wir werden auf ein Video von Naitan, naja, reagieren ist nicht das richtige Wort, wir werden darauf eingehen. Denn ich finde, es gibt ein paar interessante Punkte, die ich hier gerne mal herausarbeiten möchte. Und ich glaube, man kann ganz gut daran erkennen, warum es die Linke mittlerweile so schwer hat. Wieso sie eigentlich so krass abkackt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Denn ich denke, Naitan ist da ein sehr gutes Beispiel für. Das einfach zeigt, ganz viele können mit dieser Denkweise und mit diesem, ich sag's jetzt einfach mal, total unsympathischen Verhalten, dieser unsympathischen Art in Diskussionen reinzugehen, können ganz viele einfach nichts mit anfangen. Und das schreckt Menschen ab. So, er hat sich das Video von mir angeguckt. Da gab es dieses Thumbnail, warum er schwarz ist. Hier, Jason Kitt. Ich glaube, aktuell bin ich schwärzer als er. Ich habe richtig Sonne abbekommen diese Woche. Und hier sehen wir Robert Habeck und er seine Partei nicht kennt. Ja, ist ein Thumbnail so generiert, dass man erstmal so denkt, okay, was? Ich weiß gar nicht, ob das so richtig gut geklappt hat. Ich habe jetzt nicht verfolgt, wie gut das Video lief. Und wir hören einfach mal rein. Wie gesagt, ich werde ab jetzt Cuts machen und nur auf für mich interessante Punkte eingehen. In dieser 10-Hands-Woche-Folge bin ich auf einen Beitrag näher eingegangen über Joey Missoula, das ist der Typ auf der rechten Seite, und Jason Kitt auf der linken Seite, wo es darum ging, dass diese beiden Trainer ja schwarz seien. Und ich hatte da nochmal einen genaueren Take über Identitätspolitik gemacht und auch wie das mittlerweile auch häufiger mal schief gehen kann. Denn witzigerweise war es so, dass man, als man Joey Missoula, also den Coach hier rechts, darauf angesprochen hat, wie es denn für ihn sei, als schwarzer Trainer in den Finals zu stehen, dass er einfach gesagt hat, ist mir ehrlich gesagt, scheißegal. Also dieses Schwarzsein ist nicht Teil einer meiner Identität. Er bezieht sich mehr darauf, dass er sich als Christ sieht. Und so kann man sich das eben, wie gesagt, guckt euch die Folge an. Was interessant ist, was Naitan jetzt macht, das muss man, das finde ich ganz spannend, das machen Reaction-Streamer häufig. Daran kann man sehr schön wieder erkennen, dass es gar kein Interesse an Meinungsaustausch gibt, sondern es ist so ein bisschen, ich glaube, das nennt sich Hate-Watching. Es geht darum, zu gucken, und man lässt eigentlich die ganze Zeit Argumente laufen, okay, kann ich nichts zu sagen, finde ich jetzt irgendwie alles okay, bis man irgendwie den Punkt hat, wo man glaubt, ach, jetzt kann man die andere Person irgendwie lächerlich machen oder man kann sie angreifen. Und das kann halt gehörig schief gehen. Wir hören mal ganz kurz rein an diese Stelle. Ich finde es sehr lustig, muss ich gestehen, weil ich kurz darauf eingegangen bin, dass Jason Kidd, also der Trainer hier links, natürlich mal selber Spieler war. 2011 hat er ja mit Dirk Nowitzki zusammen die Meisterschaft geholt. Wir hören mal rein. Okay. Eine kleine Geschichtsstunde. 2011 hat Jason Kidd zusammen mit Dirk Nowitzki die Meisterschaft für die Dallas Mavericks gewonnen. Ja. Hier nochmal ein Foto, wie Dirk Nowitzki zusammen mit Jason Kidd, der jetzt Trainer der Dallas Mavericks ist, die Meisterschaft gehungeln hat. Und irgendwie scheint Nathan das nicht verstanden zu haben. Vielleicht fragen sich jetzt manche, puh, ganz vergessen, dass Dirk Nowitzki schwarz war. Oder ist Jason Kidd vielleicht doch weißer, als es der Autor dieses Beitrags wahrhaben möchte? Wenn man jetzt auf seine Augen achtet, dann merkt man so, er scannt die ganze Zeit. Wann kann ich etwas sagen? Wann kann ich Sinan angreifen? Oh, ich glaube, ich habe eine Schwachstelle ausgemacht. Er holt zum Angriff aus. Also zumindest, was jetzt den realen Hautton betrifft. Hier geht es um die Coaches. Weißt Sinan, was ein Coach ist und was ein Spieler ist und wo der Unterschied dazwischen ist? Ich weiß nicht, wie ist denn das, wenn man ein Video guckt? Dann merkst du doch wirklich, er hört ja nicht mal zu. Dass Jason Kidd, der Trainer, war mal Spieler zusammen. Ich habe eigentlich, also das ist ja schon eine Leistung, das nicht mitzubekommen, das, was ich da sage. Ihr weißt Sinan, was der Unterschied ist zwischen einem Spieler und einem Trainer? Mhm. Ja, also der Angriff ist irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen. Also, wie gesagt, auch hier, das ist für mich gar nicht jetzt ein Video hier, wo ich einen Gegenangriff starten will, sondern es geht mir auch nicht primär darum, jetzt Naitan lächerlich zu machen. Dafür benötigt es nicht meine Videos. Da reichen Naitans Videos alleine. Mir geht es darum, dieses Prinzip dahinter klar zu machen. Das sieht man einfach ganz, ganz häufig. Du hast so Bubbles, du hast Leute, die sich irgendwie, warum auch immer, nicht ausstehen können. Interessanterweise. Also, ich habe ja Naitan nie getroffen. Ich habe auch gar nichts gegen. Ich kenne den ja überhaupt nicht. Und es gibt diese Bubbles oder diese Reaction-Streamer, die haben dann irgendwann, ich weiß nicht, aus Langeweile, aus irgendwelchen Mechanismen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, entwickeln die so einen Hass oder Hass ist ein starkes Wort, eine Abneigung. Und ich finde dieses Phänomen so faszinierend, dass man, und ich glaube, da ist jeder von betroffen, das kann jedem passieren. Dieses Phänomen, du guckst dir ein Video an und du hörst schon gar nicht mehr zu. Du wartest nur noch auf den Moment, jetzt kannst du irgendwie was Schlechtes über ihn sagen oder du kannst sagen, da hast du was falsch verstanden. Und ich glaube, dieses Problem, das sieht man wahrscheinlich ganz häufig, auch so in politischen Debatten, in irgendwelchen Talkshows und so weiter. Es wird sich nicht zugehört. Und ganz, ganz wichtig, The Boys of Reason-Zuschauer wissen es noch, Nikhil hatte das, glaube ich, ganz am Anfang schon erwähnt. Es ist so wichtig, die wohlwollende Interpretation. Das heißt, eigentlich genau das Gegenteil davon zu machen, was Nathan hier macht. Nicht ein Video gucken, schon mit der Vorgabe, ich hoffe jetzt oder ich will das möglichst Schlechte daran hören, sondern man sollte das Gegenteil machen. Man sollte eigentlich sich da hinsetzen und sagen, okay, pass auf, alles, was nicht komplett daneben falsch, menschenverachtend und so weiter ist, blende ich aus und versuche mal wirklich zu verstehen, was könnte das Positive sein, was die Person sagen möchte. Ich glaube, das würde einfach so viel mehr bringen, das würde Debatten so viel schneller nach vorne katapultieren. Stattdessen machen wir halt das. Warum? Es ist halt auch unterhaltsam. Also das muss man halt ganz klar sagen. Für mich ist diese ganze Reaction-Streamer-Bubble und so weiter, auch dieses ganze Theater rund um Kuchen-TV und Shoryoka, für mich ist das nur Unterhaltung. Noch eine kleine Anmerkung, Randnotiz. Dieser Unterhaltungswert, der ist da, aber tatsächlich würde ich sagen, mittlerweile hat das sogar schon richtige negative Auswirkungen für die Protagonisten. Also ich glaube, Shoryoka, der geht es nicht gut damit. Also die, wenn ich mir ein Urteil aus der Ferne mal erlauben darf, sieht häufig jetzt gar nicht mehr so ausgeschlafen, gesund. Also wie gesagt, aus der Ferne. Aber mein Eindruck ist, du tust dir damit gar keinen Gefallen. Und das ist so ein bisschen die Negativseite. Ich weiß nicht, wie man da rauskommt, aber ich kann das ehrlich, deswegen, ich kann dieses ganze Zeug darum herum, ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist, also Leute, die sich nicht kennen und im Internet vor Kamera zoffen, macht das bitte wirklich nur, wenn ihr damit Geld verdient. Und dann bunkert dieses Geld und macht euch ein schönes Leben. Aber wenn euch das wirklich zusetzt, dann lasst das. Ich finde es immer wieder hochgradig amüsant, wie gerade gemischte Ethnien identitätspolitisch verliebte Journalisten an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft bringen. Sind die jetzt schwarz oder weiß? An dieser Stelle im Video versuche ich zu erklären, warum diese Einteilung in schwarz und weiß mittlerweile ganz häufig an Grenzen stößt. Wir können uns hier natürlich jetzt einen Extremfall vorstellen. Wir haben auf der einen Seite irgendwie Schneewittchen und auf der anderen Seite haben wir Dennis Schröder. Und klar, dann kriegen wir es gerade noch gebacken und sagen, ja gut, die hatte schon irgendwie schneeweiße Haut und er ist schon echt schwarz. Aber das Ganze ist ja ein Spektrum von den Hautfarben her. Und gerade bei Mischlingskindern, wie auch ich es bin letztlich, wird es dann schwerer zu sagen, okay, wo beginnt denn jetzt schwarz? Wo hört das auf? Und den Punkt, den ich hier machen will, ist, wenn es sich immer mehr durchmischt, verwäscht, keine Ahnung, welches Wort da richtig ist, dann wird diese Einteilung in schwarz und weiß immer sinnloser. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Und ich kenne die Reaktion von identitären Linken darauf. Und ja, Nathan bestätigt sie hier. Wir können mal reinhören. Sind die jetzt schwarz oder weiß? Ja. Nee, das ist eigentlich relativ simpel. Wenn die sich selber, wenn die sagen, I'm black, dann sind sie schwarz. Und das ist das Dilemma, auf das es immer bei identitätspolitischen Linken hinausläuft. Du kannst es ja im Grenzfall nicht mehr bestimmen. Du kannst doch nicht mehr sagen, wer es jetzt weiß, wer ist schwarz. Ja, was macht man dann? Ja, dann müssen wir es irgendwie zur Selbstbestimmung freigeben. Ja, dann entscheidet das einfach jeder für sich selbst. Wenn ich jetzt sage, ich bin black, dann fühle ich das so, dann kann ich das so machen. Und ich finde das so faszinierend, dass, also das kann ja vielleicht eine Zeit lang funktionieren, aber es muss doch jedem klar sein, dass das zu ganz merkwürdigen Auswüchsen führt. Im Übrigen ChatGPT ist auch von seiner Grundeinstellung, wenn man da nicht irgendwelche anderen Vorgaben macht, denkt das auch so, ist auch eher linksidentitär geprägt oder programmiert oder gefüttert worden. Das habe ich mal aus Spaß gemacht. Ich habe dann versucht, so rauszufinden, ab wann ist man schwarz? Habe dann mit ChatGPT so einen kleinen Talk gehabt und es endet genau immer an diesem Punkt, wenn du es dann an so ein Dilemma bringst, dass du dann sagst, ja gut, aber vielleicht hatte der jetzt irgendwie, die Eltern, ein Teil war schwarz, ein Teil war weiß, jetzt ist es schon irgendwie mixt. Dann wird das immer, immer mixter. Dann habe ich dir gesagt, dann kommt noch ein Chinese dazu, dann kommt noch das dazu und so. Und wie können wir das nachher machen? Und es endet jedes Mal, ja, das entscheidet die Person dann irgendwie selbst. Und genau das gleiche Dilemma haben wir ja mittlerweile bei der sexuellen Selbstbestimmung. Wenn es ja nur irgendwie darum ginge, Geschlechterrolle, was weiß ich, ich würde mich ziemlich gerne als Frau an oder tue so, als wäre ich eine Frau. Das ist ja kein Problem. Aber in dem Moment, wo wir wirklich sagen, ja nee, das sind Frauen, das ist ja immer dieses Transfrauen, sind Frauen, dann machen wir ja im Prinzip dieses Fass auf, und das haben wir dann ja jetzt mittlerweile dann bald irgendwie anscheinend, keine Ahnung, ich habe immer noch nicht verstanden, wo das enden wird. Dann ist es Selbstbestimmung, dann kann jeder das sagen. Und dann kann auch, und das ist dann auch irgendwie so, der muskelbepackte 200 Kilo Mann, 200 Kilo ist jetzt echt viel, sagen wir mal, 120 Kilo vollwertige Mann, kann sagen, ich fühle mich als Frau, und dann ist der eine Frau. Und ein schneeweißes Schneewittchen kann sagen, ich bin schwarz. So, das klingt dann für so Neidhans immer total, das ist ja nur Provokation, das ist ja nur, du willst ja irgendwie, du willst das jetzt lächerlich machen. Das Interessante ist ja, das ist ja gar nicht das Ziel, sondern du stellst die Schraube eigentlich nur einen Schritt weiter und bist ja schon da. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie etwas komplett Absurdes aufmache. Die Fälle gibt es ja schon, und dass sich irgendwie eine Person einfach als schwarz identifiziert, ein Mann, der offensichtlich, so offensichtlich, wie es gar nicht anders sein kann, ein Mann ist, der dann irgendwie sagt, ja, ich bin aber das und das. Und dann merkt man doch, dass diese Einteilungen in diese Identitäten, sei es geschlechtlich oder Phänotyp, das endet immer in ganz, ganz, ganz merkwürdigen Fällen. Jetzt kann man sagen, gut, das ist so, die nehmen wir mit, also die Fälle gibt es dann, aber in Summe ist das immer noch gut für die Teile, für diese Gruppierungen. Das könnte man ja sagen. Dann wäre ich aber immer noch froh, wenn man wenigstens ehrlich ist in seiner Kommunikation. Und das stört mich ganz häufig. Also dann sag doch bitte, ja, es wird komische Blüten zeigen und wir werden ganz merkwürdige Fälle produzieren, wo das überhaupt keinen Sinn ergibt, aber das ist okay. Aber das wird ja nicht gemacht, sondern es wird immer so getan, als gäbe es dieses Phänomen dann einfach gar nicht. Und das finde ich dann immer so ein bisschen unehrlich. Und wie gesagt, also er tut das so einfach ab. Ist ja ganz simpel. Das kannst du einfach selber entscheiden. Nimm einfach Rücksicht auf das, was die sagen. Nimm einfach Rücksicht auf das, was die sagen. Und genau, also das ist so ein Nebensatz, der einfach überhaupt nicht funktioniert. Vorne und hinten funktioniert der nicht. Und das finde ich einfach krass, wie man auch diese Debatte nicht zulässt dann. So einfach, naja, wir haben jetzt keine Lust, darüber zu reden. Du bist ja nur ein Edge-Lord. Du willst ja nur Trollen und so. Also ich meine, die Einzigen, die da jetzt irgendwelche Stammbäume sich angucken und Rassenhautfarben analysieren und irgendwelche Rassenüberlegungen anstellen, sind halt entweder so Debate-Brot-Hotel wie Sinan oder halt Rassisten. Auch ein super spannender Take. Also die Einzigen, die jetzt irgendwie, wie ich es gemacht habe, zu sagen, okay, guck mal hier, der hat ja, Joey Masula hat irgendwie einen sizilianischen Vater, afroamerikanische Mutter und so. Einfach nur, um klar zu machen, wie mixed das ist. Und sein Take darauf ist, die Einzigen, die jetzt darauf gucken, das sind entweder Rassisten oder so Debate-Bro-Typen. Ich glaube, wie hat er das gerade so abfällig gemeint? Wir hören nochmal rein. Gucken und Rassenhautfarben analysieren und irgendwelche Rassenüberlegungen anstellen, sind halt entweder so Debate-Bro-Trottel wie Sinan oder halt Rassisten? Debate-Bro-Trottel wie Sinan. Ähm, Sinan. Das ist auch ein interessanter Take, den macht er mehrfach. Das, also, man hat jetzt schon irgendwie verstanden, ja, also irgendwie, so ein rechter Nazi bin ich dann ja irgendwie doch nicht, dass das funktioniert nicht. Also muss ich was anderes sein. Und dann kommt dieses Debate-Bro-Trottel. Das kommt von diesem Debate-Me, also diskutier mit mir, pass auf, oder oder change my mind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Videos, irgendein Typ setzt sich hin mit einer Punchline, Trump ist der beste Präsident aller Zeiten, change my mind. Und dann kannst du mit dem debattieren, dann kannst du mit dem darüber diskutieren. Und da gibt es relativ bekannte Videos, die auch stark viral gehen. Da ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein Typ, der immer meistens, glaube ich, irgendwie in der Nähe von Universitäten sich hinsetzt und die Debatte aufmacht, beziehungsweise eigentlich nur eine Frage stellt, meistens natürlich den eher linken Studenten. Und er fragt sie dann, what is a woman? Was ist eine Frau? What is a woman? That's a stupid question, dude. That's a dumb question. What is a woman? It's not a trick question. Das ist krass, was das teilweise für Aggressionen auslöst. Wie immer diese Scheiße und das ist, das fragen nur. Und ich wette, ich wette, Nathan ist auch einer, der sagt, wenn man diese Frage stellt, dann ist man ein Debate-Bro-Trottel. Und das Spannende ist doch hier, wenn wir jetzt einfach auch nochmal in die tiefere Analyse gehen, was sagt das eigentlich aus, wenn wir denjenigen, der debattieren möchte, schon einfach als Trottel und Nervensäge und Edge-Lord abtun? Also, das kann man ja mal größer skalieren. Also, ich kann verstehen, dass das anstrengend ist. Ich weiß von meinem Freundeskreis, dass ich durchaus als anstrengend gelte. Und warum? Ja, weil ich immer wieder so die unangenehme Nachfrage mache. Weil ich irgendwie sage, nee, das habe ich, das ist immer, du stellst irgendwas hin, einen Satz, eine Prämisse, irgendwas und will es dann eigentlich schon weitermachen. Und ich bin aber derjenige, der sagt, können wir mal ganz kurz diese erste These hier, ich bin mir da gar nicht so sicher. Oder können wir das erstmal klären? Können wir erstmal definieren, worüber reden wir? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und Nathan ist davon, und das erlebe ich ganz häufig, dass Menschen davon genervt sind. Und das ist eine, das ist eine interessante Entwicklung, weil das kann ja, darf ja eigentlich nicht sein. Also, dass der nervig ist, die Person, das ist okay. Von mir aus, dann kann man sagen, ach, das ist so anstrengend, der muss immer alles debattieren, der muss immer über jeden Kleinschein, dann will er da auch nochmal das definiert haben. Ja, dann sag das. Aber, also, in einem Satz erwähnen mit, entweder ist er einfach nur ein rechter Idiot, so ein Nazi, oder halt so ein Debate-Bro-Trottel. Das steht halt leider auch extrem stark für, ja, die linke, radikale, identitätspolitische oder auch woke Bewegung, dass sie gar kein Interesse mehr daran hat, bestimmte Dinge zu debattieren, weil sie eben davon, weil sie weitermachen wollen. Sie wollen ja vorankommen, ja. Und da haben wir keine Zeit jetzt, darüber zu reden, was ist jetzt schwarz und weiß. Und ja, das ist halt kompliziert mit den Eltern und so. Dann entscheidet das am Ende irgendwie jeder für sich selbst. Darum geht es doch gar nicht. Wir müssen hier vorankommen. Doch, genau darum geht es. Du musst erst mal die Grundsituation klar machen. Du musst anständig definieren, was du willst, was du eigentlich meinst, wen du meinst und so weiter. Das ist extrem wichtig. Und ja, ich finde, da zeigt sich einfach, warum wir hier auch nicht weiterkommen bei vielen Debatten, weil das sind eben genau die Punkte, die zu klären sein müssten. Vielleicht ist dieses Schwarz-Weiß-Denken hier im wahrsten Sinne des Wortes bei Mischlingen einfach nicht sinnvoll. Mal darüber nachgedacht. Ach so, dann sollen die in die Schlagzeile reinschreiben, statt dass sich da zwei schwarze Coaches gegenüberstehen, die sich wahrscheinlich auch selber als schwarz identifizieren. Nein, genau das ist nachher der Punkt. Das ist auch nochmal ein witziger Fall von, warum Reactions häufig nicht funktionieren. und Reactions auch bei meinen Videos ganz häufig nicht gut funktionieren, weil ich natürlich damit spiele, also falsche Fährten aufbaue oder so oder häufig so sage, ja, sind wir uns einig, sind wir uns einig und dann so, ja, aber was ist denn dann? Und hier ist es ja eben, der Witz ist ja, dass nachher im Video klar wird, dass Joey Missoula davon selbst genervt ist. Also er hat im Prinzip jetzt gerade den Fehler gemacht, dass er wieder denkt und das ist genau der Punkt, den ich im Video mache, dass man durch diese Identitätspolitik für die gesamte Gruppe sprechen würde. Das tut man nicht. Joey Missoula fühlt sich davon überhaupt nicht abgeholt. Aber das kommt einem Neidern gar nicht in den Kopf, weil wir müssen ja weiterkommen. Wir wissen doch schon, jetzt sind jetzt so nicht debattieren. Doch, genau das muss man machen. Sollen die reinschreiben, da stehen sich zwei Mischlings-Coaches gegenüber und dann ist... Nein, man soll das einfach gar nicht erwähnen. Wie wäre das denn? Ist sie dann zufrieden oder was? Nein. Gott. Wer hat denn jetzt da was von? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das ist eine große Frage. Wer hat was davon? Ja, äh, Menschen, die den Rassismus einfach mal überwinden möchten, ja, ähm, die hätten was davon, dass man einfach mal aufhört, das immer wieder in, in Fälle reinzubringen, in, ja, in Storys reinzubringen, wo es nichts zu suchen hat. Das, es hat bei der, bei den Coaches der NBA-Teams jetzt, äh, es gibt mittlerweile ganz viele, äh, von komplett weiß bis dunkel bis Hispanics und so, die sind alle, das sind alles schon Coaches, schon seit Jahren. Das war keine Story. Das war keine Story. Man hat das einfach, um hier wieder irgendwie was reinzubringen, hat man es zur Story gemacht und mittlerweile sind ja sogar die Coaches selbst davon genervt. also, ja, das Beste wäre gewesen, die, die Ethnie, ich glaube, das ist das richtige Wort, keine Ahnung, ihre Hautfarbe einfach nicht zu erwähnen. Ist das denn so schwer? Habe ich mir die Mühe gemacht, 21 Spieler herauszupicken und nebeneinander zu stellen. Okay, jetzt werden hier wirklich die Hautfarbenkarten ausgepackt, oder was? Von ganz hell bis ganz dunkel. Ach, was soll man sagen? Im Gegensatz zum biologischen Geschlecht scheint Hautfarbe tatsächlich ein Spektrum zu sein. Ihr seht das gerade nicht. Ich habe das jetzt mal sichtbar gemacht. Der Chat in dem Moment, wo ich dann die, äh, die, die verschiedenen Hauttöne deutlich gemacht habe. Bitte nicht. Wow. Nein. Wow. Bitte. Der macht das wirklich. Was ist los bei diesen Leuten? Ich verstehe es nicht. Ey, das ist doch, was passiert da im Kopf? Das ist ein Bild, das ich selber erstellt habe im Übrigen, äh, was einfach zeigt, dass Hautfarbe ein Spektrum ist. Mehr nicht. Mehr nicht, ja. Gerade die, die mittlere Reihe hier ist, glaube ich, das sind mittlerweile alles mixt. Äh, also bei, bei dem weiß ich es gerade nicht, aber bei den anderen weiß ich relativ genau, die, habe ich mir immer angeguckt, wie die Eltern aussehen und so weiter. Das ist doch einfach nur interessant und das ist, das ist so spannend, was das für eine Schnappatmung auslöst. Ähm, einfach mal zu zeigen, wie bunt, divers, ähm, durchmischt Hautfarben sind. Da frage ich mich manchmal, was ist denn los bei den Leuten? Also ist das jetzt wieder, ähm, ist das wieder diese, diese böse Interpretation? Weil das, was ich hier zeige, müsste doch eigentlich, äh, bei jedem, bei jeder, weiß ich nicht, bei jedem Diversitätsfan feuchte Höschen bereiten. Also das ist doch das, was, was man haben will. Es gibt keine Grenzen mehr. Es ist, es ist durchmischt. Das ist doch, das ist doch wunderschön. Sein Blick. Ich finde das, ich finde das so lustig, das, mit Krampf etwas Negatives sehen zu wollen. Äh. Äh, ja, okay, das hat er auch immer noch nicht verstanden. Naja. War es nicht. Macht ja auch nichts. ne? War wie, der Chat geht immer weiter ab. Nicht sein scheiß Ernst. Ach du Scheiße. Alter, hat er sie noch? Hä? Hat er sie noch? Was sind denn das für Leute? Ich verstehe das nicht. Wunderschön. Eine, eine Liga, die von ganz hellen Hauttönen bis ganz dunklen Hauttönen alles vertreten hat, wo die Eltern schon dem, von mehreren Generationen durchmischt sind. Ist das nicht genau das, wo man hin wollte? Ich meine, überlegt euch doch mal. Früher, früher hat man, hat man Schwarze und Weiße getrennt, ja, im, Bus irgendwie die, die eine Fraktion woanders sitzen lassen als die andere. Man hat, man hat das richtig getrennt und jetzt durchmischt sich das und das zu zeigen löst in dieser Bubble aus, dass das ganz schlimm wäre. Ich verstehe es nicht. Also, und damit möchte ich dieses Video auch beenden. Wir könnten jetzt immer weitermachen und bitte noch mal als Erinnerung, es geht mir nicht darum, hier irgendwie jetzt gegen Nighthahn zu schießen oder so, sondern es geht darum, wirklich Mechanismen, Denkweisen offen zu legen und ja, also für mich ist das sehr bezeichnend, wenn man einer Bubble oder einem Streamer zeigt, wie schön durchmischt Ethnien in bestimmten Bereichen mittlerweile schon sind und das ist die Reaktion, sie sagen, ach du Scheiße, hat er sie nicht mehr alle und so weiter. Ich weiß nicht, also, ich habe das Gefühl, ihr seid irgendwie auf dem falschen Dampfer unterwegs. Deswegen immer daran denken, wenn man wohlwollend interpretiert, also wirklich versucht, das Positive beim Anderen zu hören, zu sehen, dann kommen wir so viel weiter. Also das mal als vielleicht, wer bin ich, dass ich Hausaufgaben stellen könnte, aber als kleine Herausforderung, Aufgabe, einfach mal das nächste Mal, wenn man glaubt, sich über jemanden aufzuregen oder was heißt glaubt, wenn man sich tatsächlich über jemanden aufregt, kurz, ganz kurz an dieses Video hier erinnern und sagen, okay, kurz überlegen, gibt es vielleicht einen positiven Ansatz, das gerade zu deuten. So, ich hoffe, dieses kleine Häppchen für zwischendurch war trotzdem unterhaltsam. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und nächste Woche gibt es dann auch eine neue Sinanswoche-Folge. Macht's gut und auf Wiedersehen.